Jetzt. Hier. Bitte! Ja. Hohle, so. Das Gesicht hangen. Und dann hat der Pernatisch auf die Französisch gebraucht, ob ich das ernst meine. Ja. Aber das ist ja schon lange. Das ist der Chef von Paretta. Ah. Aber der ist auch nicht gut. Nein, ich schaue ihn mal an. Ja. Und das andere ist der Chef-Mafiose, der Alphons, da der Alitti. Das ist jetzt ein ... Der handelt Banken. Der kauft Banken und verkauft Banken. Das ist einer der grössten Mafiosen. Der auf der rechten Seite. Verkauft Banken und verkauft sie. Die ganze Banken. Nicht nur gerade irgen durch die Banken. Der hat den anwesend. Die Banken. Die Banken arbeiten ja bei dem. Ja. Du bist bei dem angestellt. Der Ungarn. Die Banken sind die Rasse und die können auch nicht mehr. Hei. Mach kurz jetzt. Die haben einen Anstrumsblatt. Ja, gestern hast du wieder. Die ist schon zugeschaut. Ich meine, die hätte gesagt, da ist kein Kreisweg. Also genau. Hat er schon einen? Nein, nein. Der war jetzt von Halberflin. Der war noch gefahren. Das ist halt toll. Der war noch so ein Wagenkühl. Das wird zum Haus. Der war jetzt von Halberflin. 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 Das ist wichtig. Aber du hast ja auch sehr viele Kinder. Meine Nichten haben miteinander vier Kinder. Und die lieben alle Pferde. Und dann kommen sie zur Tante Sonja zum Pferde. Ich habe gespannt, dass du alle aufgeholt hast. Vier Kinder für die Pferde. Nein, die nicht. Meine Nichte nicht. Nein, nicht die Nichte. Also Pferde. Ja, das weiß ich. Ja, wirklich. Der hat gerade in einem Labo gewonnen. Der Mutter und die Räte. Und alle von verschiedenen Leuten. Der heißt, ich war der Lächste. Ich glaube, viele. Hat er immer noch keinen? Ja. Also wirklich. Es ist schon fast... Aber es ist wirklich... Nur noch alle das. Wow, wow, wow. Well done. 161.4.6. ClearRound. Double ClearRound for Erich.